Freunde, wir müssen mal reden. Aber wie fangen wir das am besten an? Das ist weder ein Abschiedsabschlussvideo, noch ein Video, wo ich euch tägliche Videos verspreche, die dann doch nicht kommen. Diejenigen von euch, die hier auf diesem Kanal ab und zu vorbeischauen, um zu gucken, ob es was Neues gibt, denen ist natürlich auch schon aufgefallen, dass es hier die letzten Monate sehr, sehr still geworden ist. Leute, die schon länger dabei sind, fühlen sich vielleicht ein bisschen an 2016 erinnert, wo dieser Kanal sehr, sehr inaktiv war. Aber die Lage ist eigentlich ganz anders als 2016. 2016 war ich sehr inaktiv, war aber auch sehr demotiviert und hab eigentlich gar nichts gemacht. Hab privat gezockt oder ich weiß nicht was. Und aktuell kommen zwar genauso wenig Videos wie 2016, aber man kann mich ja eigentlich sogar noch regelmäßiger und noch mehr sehen als früher. Nur halt bei Twitch, wo ich jetzt seit knapp einem Jahr streame, mit allem, was dazugehört, mit Anno, mit Forza, mit Euro Truck Simulator, sogar Lego haben wir gebaut, da ist die Rakete auf dem Regal. Das soll jetzt aber kein Werbevideo für meine Streams werden, um Gottes Willen. Ich will nur aufzeigen, dass hier nicht keine Videos kommen, weil ich irgendwie zu faul wäre oder sowas, sondern ich mach sogar im Gegenteil eigentlich noch mehr als früher, nur halt woanders auf Twitch, weil es mir da aktuell mehr Spaß macht. Aber YouTube hab ich deswegen nicht vergessen. Ich war hier jahrelang unterwegs, hab tausende Videos gemacht, über 4000, glaub ich. Hinter mir an der Wand hängt der Play-Button für 100.000 Abonnenten, auf den ich sehr stolz bin, den ich gerne angucke, weil ich damit schöne Erinnerungen verbinde und auf den ich auch stolz bin, weil ich nie gepusht wurde, sondern mir das selber von Null an quasi erreicht habe. Ich hab durch YouTube sehr viele coole Dinge machen dürfen, hab sehr viele nette Leute kennengelernt, hab treue Zuschauer erhalten und selbst von meinen aktuellen Stream-Zuschauern kennen mich, glaub ich, die meisten von YouTube. Es tut mir also innerlich weh, zu sehen, dass dieser Kanal aktuell so brach liegt und natürlich tun mir auch die Leute leid, die vielleicht mit Streams nicht so viel anfangen können und hier also auf Videos warten. Teilweise wütend, teilweise traurig, teilweise hoffend. Das ist nicht schön. Und ich hatte zwischendrin auch mal Videos versprochen. Zum Beispiel hatte ich mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, was ich zur anno 1800 auf YouTube so plane und auch die PC-Videos sind natürlich noch nicht fertig geworden. Und da Sachen zu versprechen, die dann doch nicht kamen, war natürlich ein Fehler. Heute fragen noch im Livestream-Chat Leute, wann denn das anno 1800-Ingenieurs-Video kommt. Insofern wird es in diesem Video hier auch keinerlei Versprechungen oder sowas geben. Halten wir jedenfalls fest, ich hab YouTube nicht vergessen, ich hab euch nicht vergessen, und ich habe auch Lust auf YouTube und Videos, aber das ist nicht so leicht. YouTube hat sich über die Jahre krass verändert. Ich hab angefangen 2011 und ich hab sehr viele Änderungen bei YouTube miterlebt. Und als ich angefangen hab, so 2012, 13, 14 rum, da war Gaming auf YouTube eine Riesensache. Ich mein, das war die Zeit von Gronkh, Starazal, P, Honeyball und wie sie alle heißen und Dehner und Unge und der ganze Kram. Dann gab's diese riesen Minecraft-Szene etc. Gaming hat sich immer verändert auf YouTube, aber es war immer ein Riesenbestandteil. Und wenn ihr selber viel auf YouTube unterwegs seid, dann ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, dass Gaming auf YouTube inzwischen kaum noch eine Rolle spielt. Die meisten ehemaligen Gaming-Kanäle, die haben entweder aufgehört, machen inzwischen andere Sachen. Ich meine zum Beispiel ein Unge, ein Dehner, ein Concrafter, ein Sturmwaffel etc. Das waren früher alles Gaming-Kanäle. Die machen inzwischen alle andere Sachen. Oder die, die noch Gaming machen, von denen sind inzwischen halt viele auch auf Twitch abgewandert. Und ich muss auch tatsächlich sagen, klassischer Gaming-Content passt von seiner Art her einfach deutlich besser in das Format Livestream als in das Format Video. Man kann viel länger am Stück spielen, man hat direktes Feedback, die Community ist direkt mit dabei, spielt also quasi mit, als säß sie neben dir auf der Couch, wenn du zockst. Und ich finde, das passt viel, viel besser, als irgendwie täglich 20 Minuten für sich spielen. Die Leute können dann da was in die Kommentare schreiben. Also ich finde, so klassisches Gaming passt auch besser in das Format Stream. Aber nicht nur gibt es viel weniger Gaming auf YouTube, YouTube hat sich auch generell sehr verändert. Ich persönlich habe das Gefühl, YouTube ist über die Jahre das geworden, worauf es immer stolz war, genau das nicht zu sein, nämlich Fernsehen. Und die Leute behaupten auch gerne stolz, dass sie ja eh keinen Fernseher mehr haben und sowieso keinen Fernsehen gucken, schauen sich dann aber täglich stundenlang irgendwelche Clips von Fernsehsendungen auf YouTube an. Sei es Bares, Ferraris, Köln 5066, schieß mich tot, Berlin Tag und Nacht, hilf mir, verklag mich doch und wie es alles heißt. Schauen wir zum Beispiel mal einfach jetzt spontan hier in die deutschen Trends rein und gucken mal, was wir da so haben. Eine Sportzusammenfassung, Late Night Berlin, Fernsehshow, eine Zusammenfassung von einem Runfight, dann haben wir hier ein bisschen Reaction mit dabei, dann haben wir hier Luke, auch einer aus dem Fernsehen, dann haben wir hier Berlin Tag und Nacht, Zirkus Halligalli, Verstehen Sie Spaß, Köln 50667, NFL, wieder eine Sportzusammenfassung, dann haben wir hier GRIP, das Motormagazin, ist auch Fernsehen, Fokus TV, Sturm der Liebe, Galileo ist am Start, ein Video von der Formel 1, Voice of Germany, dann was von der Bundeswehr, bisschen Tagesschau. Ich meine, das liest sich wie eine halbe Fernsehzeitschrift. Und bis auf ein Fortnite-Video, weil jetzt hier gerade Hype ist, wegen Fortnite Kapitel 2, was fällt uns auf? Kein Gaming. YouTube ist inzwischen genau das. Clips von irgendwelchen Fernsehsendern, Sportvideos und Sportzusammenfassungen, Musik, Reaction-Content. Das ist halt nicht YouTube, wie ich es kennengelernt habe und wie ich auf YouTube angefangen habe. Und das ist ja auch nicht das, was ich mache und was mir auf YouTube gefällt. Und so mache ich nicht nur selber aktuell weniger Videos, sondern ich gucke auch immer weniger bei YouTube. Und selbst wenn wir oben mal auf die Kategorie Gaming klicken, was finden wir dann? Fortnite, 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 Minecraft, Standardskill, Ich glaube, ich muss nicht weitermachen, oder? Und das sind alles keine Sachen, die ich machen möchte oder die Spiele oder die mich interessieren. Der andere Punkt, der sich aber an YouTube meiner Meinung nach immer weiter ins Negative entwickelt hat, ist die Community. Ich meine, bei Streams hat man ja den Chat, der ist immer mit dabei und ich finde, ein Stream wird gestaltet einerseits aus dem Content und andererseits aus dem Chat, der interagiert. Ich finde, das ist so, der Stream wird von zwei Seiten gestaltet, also nicht nur vom Streamer, sondern vom Streamer und der Community im Einklang. Und während man bei Streams den Chat hat, hat man bei YouTube halt die Kommentare primär. Und für mich gehören Kommentare auch einfach dazu. Videos machen ohne Kommentare finde ich ziemlich kacke. Und ich habe tatsächlich immer alle Kommentare unter allen neuen Videos gelesen. Alle. Das gehört für mich dazu. Das ist für mich der Spaß am Video machen. Das Video machen und dann gucken, was die Leute dazu sagen. Aber YouTube Kommentare lesen macht heutzutage einfach keinen Spaß mehr. Wie gemein, gehässig, beleidigend, asozial und dumm die Leute in den YouTube Kommentaren geworden sind. Ich meine, wenn du siehst, was für Fernsehsendungen so in den Trends sind, dann hinterfragst du das auch nicht mehr. YouTube Kommentare lesen ist halt einfach keine Freude mehr, sondern löst Depressionen aus. Ich meine, ich hatte schon immer eine sehr positive Community. Bei mir hält sich das also noch halbwegs in Grenzen. Aber selbst bei mir geht es immer wieder die paar Schwachmaten. Und das Problem an der Sache ist, du kannst zehn Kommentare haben, die sagen, geiles Video. Der eine Kommentar, der elfte, der dann irgendwie was auszusetzen hat und rummeckert und dich beleidigt und sagt, wie abgehoben und scheiße du doch bist. Das ist leider der, den du dir zu Herzen nimmst, den du liest und der hängen bleibt. Da kann man auch nicht sagen, ignoriere die negativen Kommentare oder die Idioten, die sowas schreiben. Einfach nee. Die positiven Kommentare, da freut man sich, aber die merkt man sich nicht, sondern der eine, der dann irgendwas Negatives schreibt, den merkt man sich. Die einzige Lösung wäre, die Kommentare gar nicht zu lesen und da sind wir wieder beim Punkt. YouTube ohne Kommentare ist für mich, ist nix. Da habe ich zum Beispiel letztens, weil ich Bock drauf hatte, dieses Anno 1800 Wanderweg Video gemacht, weil ich das eine coole Idee fand, das komplett hochzuladen und dann kriege ich einen Kommentar, dass das 55 Minuten ungekennzeichnete Werbung wären, dass ich doch für das Video locker 50.000 Euro von Ubisoft bekommen habe, weil ich das ja sonst niemals machen würde, so ein Video. Ja, das ist der Kommentar, der hängen geblieben ist. Halt die Fresse, so ein Schwachsinn. Wer ab und zu die Videos von JP Performance guckt, das ist zum Beispiel was, was ich auf YouTube noch gerne gucke. Der hat bestimmt auch schon häufiger miterlebt, wie JP sich in den Freitagvideos immer mal wieder über die Community aufregt und über die Idioten in den Kommentaren etc. Und auch bei ihm sind die Kommentare größtenteils sehr positiv, aber ich kann es, ich fühle es, ich fühle es hundertprozentig. Es frustriert und es nervt. Und so kommt es halt teilweise vor, dass ich Lust hätte, Videos zu machen, aber vorher schon so Angst vor diesen dummen Kommentaren habe, dass ich es lieber ganz sein lasse. Ja, halten wir fest, was jetzt die Situation für mich aktuell ist auf YouTube. Die beiden YouTube Hauptkomponenten. YouTube und der Content auf der einen Seite Community und die Kommentare auf der anderen Seite haben sich meiner Meinung nach beide negativ verändert. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum ich mich aktuell so schwer damit tue, auf YouTube irgendwas zu machen und Spaß daran zu haben, Videos zu machen. Ich verdanke YouTube sehr viel und ich habe hier auch Bock drauf. Ich habe Lust, was zu machen. Am Ende des Tages habe ich das ja jahrelang gemacht und tausend Videos gemacht und hatte dabei sehr viel Spaß. Ja, und das ist die Situation und eine richtige Lösung dazu habe ich auch nicht. Insofern, was ist jetzt genau der Sinn dieses Videos? Gute Frage. Ich will, wie gesagt, nichts ankündigen. Ich will auch nichts versprechen. Ich will auch nicht sagen, dass jetzt hier nichts mehr kommt. Ich will nur meine Situation und meine Gedanken zu YouTube 2019 schildern. Ich denke wirklich fast täglich über YouTube nach und ich habe auch euch nicht vergessen. Ganz sicher nicht. Womit wir auch wieder beim Thema Kommentare wären, gerade betreffend Streams etc. Da liest du dann auch in den Kommentaren wieder, ja, der ist nur auf Twitch, weil es da keine Arbeit macht und mehr Geld einbringt. Der abgehobene Hurensohn. Fickt euch, wirklich. Die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass mich vieles angetrieben hat über die Jahre, aber der finanzielle Aspekt war es ganz sicher nie. Sonst wäre nämlich auf meinem YouTube-Kanal einiges sehr, sehr anders gelaufen. Was den Inhalt angeht, was die Regelmäßigkeit angeht und so weiter. Tschüss, Werbefreundlichkeit an der Stelle. Während wir jetzt hier in einem Livestream, könnte ich jetzt live und direkt auf eure Meinung eingehen und mit euch darüber diskutieren. Wir sind aber auf YouTube und insofern kann ich nur sagen, wie seht ihr das Geschilderte? Wie seht ihr diese Situation, dass die Community sehr negativ geworden ist von der Einstellung her und in den Kommentaren und vom Umgangston miteinander und dass halt auch der Content sich massiv geändert hat? Wie gesagt, die Hälfte ist gefühlt inzwischen Fernsehsendungen, Clips aus Fernsehsendungen. YouTube ist das geworden, was es nie sein wollte. YouTube wollte immer besser sein als das Fernsehen und jetzt sind 50% auf YouTube Fernsehsendungen. Meine Fresse, warum? Ja und am Ende des Tages, habt ihr dazu irgendwelche konstruktiven Ideen? Hätte ich schon eine Lösung gefunden, dann wären hier schon wieder mehr Videos gekommen. Aber das ist so meine aktuelle Zwickmühle. Ich habe seit Monaten Bock, Videos zu machen. Ich habe Lust darauf, aber es ist halt eben nicht so einfach. Ich habe euch lieb. Dankeschön für eure Zeit. Einen schönen Tag euch und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, ich lese alle Kommentare. Auch die Schwachmaten. Grüße gehen raus an die Idioten im Kommentarbereich. Auch euch habe ich lieb. Auch aus euch kann auch was Vernünftiges werden. Euer Walle. Bye, bye. Bye-bye.